Handeln Die Sachsen-Anhalter sind in Shopping-Laune. Nach dem durchwachsenen Sommer sei die Konsumstimmung in Deutschland im Herbst gut, dies treffe auch für das Bundesland zu, sagte der Chef des Handelsverbandes Sachsen-Anhalt, Knut Bernsen. Wir setzen darauf, dass sich die positive Stimmung auch in den Umsatzzahlen in den nächsten Monaten niederschlägt, sagte er. Der Einzelhandel hoffe angesichts eines stabilen Arbeitsmarktes auf ein gutes Geschäft, sagte Bernsen gut zwei Monate vor Weihnachten. Zugleich forderte er mehr vernetzte Angebote in den Kommunen, um so mehr Kunden auch in die Innenstädte zum Einkaufen zu locken.